Servus Leute, heute gibt es zwei Raids rund um das Bloodhound-Event, das am Wochenende bzw. bis Montag gelaufen ist. Da gab es Bloodhounds, die Bewacher der Arena, sozusagen storymäßig, und man wusste die Handen, 30 Stück ohne zu sterben, und diese Quest habe ich gemacht. Die letzten zwei Raids, als ich das geschafft habe, habe ich euch hier mal zusammengestellt. Und ja, war echt spannend, war echt ein schönes Event und war sehr actionreich. Das ist jetzt rum, das Event, seit Dienstagmittag ist es rum. Die Bloodhounds spawnen zwar noch, aber nur noch zu 30%, und die Quest kann man auch noch machen, aber man kann die Quest jetzt machen, ohne zu sterben. Äh, mitsterben. Davor war es ohne Sterben, man musste das am Stück machen. Habe ich geschafft, und jetzt ist es so, ja, ohne Sterben, man muss einfach bloß 30 Bloodhounds finden, und dann kann man BP-Amo kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall, macht es. Und ja, meine letzten zwei Raids, die wirklich spannungsgeladen waren, habe ich euch hier zusammengestellt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch.tv. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Link unten in der Description, oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, Spawn ist nicht schlecht. Super, und danke für den Prime im Vierten. Wir kommen zur Genau-Abo-Falle. Danke für den Support. Danke, dass du Prime bei mir läst. Da sind sie. Glaub ich. Ja. 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 Oh, das ist ein Spieler. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt halt's Maul, Alter. Scheiß Sniper von oben, ja? Okay. Geil. Den brauche ich jetzt. Jetzt mich verarschen. Ich gehe. Ich gehe. Ja, ich gehe. Dann schreien. Ich gehe. Ich gehe. Natürlich snipet das einer mit dem Thermal hier von oben rein. War so klar, ey. Meine Fresse. Natürlich hockt da einer mit Thermal auf dem Dach, äh, auf dem Berg. Hallo? Hallo? Danke schön für die 30. Danke für den fetten Support und danke für den Hallo-Remix. Hallo? Danke für den fetten Support. Beste Art des Supports. Danke für die fette Dono. Danke für die fette Dono. Also verabschiedet. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Du musst GF Hockt irgendwo einer Ich hoffe der schaut jetzt nicht So passt Trotzdem einiges los hier Leute Dankeschön für den fetten Support Ich werde jetzt einmal Alerts dann muten So sind wir bei 26 Ich schau nochmal nach aber es müssten 26 sein Guter Spawn Ich bin bei 26 Jackhammer Ich bin bei 26 Ich bin bei 26 Ich bin bei 26 Ich bin bei 25 Was gehört Sieht nicht so aus Okay, wir müssen eigentlich am Fort Knox sein. Okay, wir müssen jetzt mal wiederholen. Okay, wir müssen jetzt mal wiederholen. Shit. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss eigentlich hier vorne stehen. Scheiße, wo sind sie? Ja, da kommen sie. Ich muss jetzt mal wiederholen. Noch nicht durch. Scheißdreck. Hier hinten war auch noch irgendwas. Normaler Scaf. Das war er. Let's go. Oh. Haben wir den Scheiß. Gerade richtig. Mir geht gerade die BP-Amo raus. Mir geht gerade die BP-Amo raus. Puh. Nice. 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 Macht mal. Späppt mal ordentlich rein. Macht mal hallo YouTube. Keine Ahnung. Ei, 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 ei. Ich fühle mich schon. Ich fühle mich schon ein bisschen stolz. Ich fühle mich schon ein bisschen stolz. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ey, die Scheiß Scafs. Die haben es mir auch noch schwer gemacht. Heilige Scheiße. Wundervoll. Ihr habt immer an mich geglaubt. Positiv denken, Leute. Positiv denken. Ei, ei, ei. Positives denken. Hallo, 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 hallo. Wunderschön. Das war ein super-Heini. Dankeschön für die 30 Euro. Danke für den Support. Hallo, hallo. Dankeschön für die beste Art des Sports und die Dono schon wieder. Leute, danke für alles. Denkt dran, lasst ein Follow da und ein Abo auf YouTube. Ähm. Dankeschön für die 30 Euro und G-Man. Dankeschön für den Subwaren des Raids. Sorry. Danke, dass es in Primarmiless. Willkommen zur Gnabo-Falle. Wir geben den Scheiß jetzt ab. Tasks. Bloodhounds. Complete. Wundervoll. Wundervoll. Ich bin, also ich muss sagen, es hat mich am Ende schon noch ein bisschen bekommen. Hat mich schon noch bekommen. Ja, also ganz, ganz, äh, ganz ruhig bleibe ich dabei auch nicht. So. Dann machen wir hier den Chat wieder aus. Wundervoll. Leute, Dankeschön für das Wort, Leute. Haut. Hey. Hey. So. Hypert. Was ist das für dich für dich. So schön. So schön. Wir. Jungen Taler. Wir schauen, wir haben noch einmal ein paar Sekunden. Vielen Dank.